Heute zeige ich euch für viele eine absolute Kindheitserinnerung, nämlich den SEDL, der in frischem Glanz neu aufgemacht hat. Kommen wir mit! Jetzt gehen wir auf die Hauptattraktion vom SEDL, die SEDL-Bergbahn, wo ihr um den ganzen SEDL rundherum fahrt in 5 bis 7 Minuten und ihr habt am Schluss eine wunderschöne Aussicht auf St. Galen. Und hier eine der mega coolen Attraktionen im SEDL, der sprechende Zwerghübel. Jetzt rühren wir das hier rein. Mh, feines Papier! In diesem Hamsterrad müsst ihr ganz gut aufpassen, dass es euch nicht vorne rausjagt. Und ihr könnt auch in die wunderschöne Safari-Welt einbettet, die spektakulären Safari-Fahrzeuge fahren. Und im SEDL habt ihr auch einen spektakulären Backgo, den ihr könnt selber steuern. Und auf dem SkyDrive geht ihr jetzt zuerst rückwärts da hinten runter und geniessen die Fahrt mit wunderschöner Aussicht. Und ihr habt hier einen Automat mit einer mega starken Wasserpistole, die ihr es schaffen müsst, einen Ball in eines der Löcher zu tippen. Jetzt gehen wir auf den Butterfly. Hier wird man hin und her gespickt und kann das Zweite draufgehen. Und ihr habt hier spektakuläre Rollen. Und ihr habt hier spektakuläre Rollen.